und weiter geht es hier jetzt mit let's play leader of legends in the wind minion mit olaf wo ich mag irgendwie so ist viel besser wie die anderen da habe ich irgendwie die zeit hier einzukaufen was bis was zu quatschen und so das ist es da fällt nur ein treffer mit manchen und das ist einfach der staat viel ruhiger das mag ich so also ich habe gedacht der wildbord gehen bei bord gestanden ist oder wenigstens gegen solle bot gehen wenn er schon sehr spannend wie ich mit dem olaf hier in dominion land spiel das letzte das dreier das war ja da war ich ja sehr gut finde ich so und gleich geht's los die spannung steigt wer wird erster sein und es ist auch unfair oder beide präschen davor und ich bin letzter ich habe keine sofort präscht fähigkeit egal ja ich hätte fast die jahre erwischt wo verlappt das sollte ich vielleicht nicht machen scheiße komm schon oben ne das ist nicht gut der killt mich banger killt mich fuck brent killt mich ach mensch ich hatte halt ränke misst dass ich die nie immer vergesse aber ja auch eine neue änderung hier wenn man stirbt aber vorher immer alles ganz grau mittlerweile hat man ein bisschen farbtönig lassen so rot und grün und blau glaube ich auch ein bisschen oder keine ahnung rot und grün glaube ich nur kunde braucht doch keine hilfe ich dachte das wäre gegnerischer weil alles so gut war aber egal immer wieder top 3 tot sollte ich zwar nicht um jetzt den schild das reicht dann schon dann gehe ich top und los geht's braucht er hilfe dann komme ich runter oder zwei bot er braucht hilfe unterwegs so nicht erwischt so dann will jetzt wo verdammt ich habe einfach so abgebrochen daneben das ist nicht gut so ach ich idioter peiltränke da nehme ich jetzt mal zwei mache ich nehme alle drei denn es passt dann schon gut brand erwischt problem ist dass es auch noch da ist mit olof kann ich jetzt auch mal einfach so bord gehen mit leona geht es nie weil die braucht mindestens ein champion sonst uns die passive fähigkeit nicht zack und zack bisschen gold wiederholen wir haben jetzt schon fast 2000 sind aber bisher noch nicht gestorben nicht gut nein ich glaube ich ziehe mich jetzt mal zurück und kaufen jetzt für knappe 2000 gold was einmal desto ja denn desto wieso nicht und hier können wir jetzt noch ja gut bräuchte 400 haben wir nicht so dann gehe ich jetzt spot da noch haben jetzt alle top der motor kaiser auch wahrscheinlich schätzen aus japan haben sie eingenommen wie wird mir jetzt helfen glaube ich und dafür die mir helfen ich glaube die mir helfen ja ja und gekillt soll ich um es ist hier das leben zack 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 verdammt ah Mist ich glaube der kürt mich jetzt aber ich muss mich zurückziehen so und gekauft so was als nächstes so wir haben uns jetzt den forst haben wir da haben wir schon ein bisschen was er braucht hilfe ja aber aber wir brauchen auch hilfe hier die wie kommt denn es wird hilfe so wie schaut es aus hier gekillt so komm schon wir können euch auch noch minions so und jetzt ziehe ich mich zurück kaufen kann man zwar noch nichts was denn das ist ja eigentlich ach passiv das ist ja cool passiv für gegensteine finde ich viel geiler da muss man sich gar nicht drum kümmern und die lösen sich von selbst aus oh Mist die haben top wieder eingenommen aber ich glaube wir sind nimmst du jetzt nächstes wieder ein da wäre ich sinn sagst du denn was machst du jetzt oh verdammt nicht kennen so wie es ausschaut aber volle kanne aber neutralisieren konnte ich den türm und gleich ja zack im hintergrund schon so spannende musik hey das team ja der sollte abhauen der stirbt gleich ich sag's doch fuck ich bin der einzige der noch lebt und ich muss hier bort verteidigen der drang zum töten wächst wächst Oh oh I'm sure Ja Nein Komm schon, nehmt sein So 805, ach Mist, komm, haben wir immer noch nicht So, mein Ohr juckt, jetzt muss ich mal kurz kratzen, Kopfhörer abnehmen So So kann man jetzt spielen, wenn es Ohr juckt So, wenn zwei Bots sind, dann gehe ich natürlich top Wo drei sind Nein, fast Ein Gegner wurde getötet Bravo Mordekaiser So, jetzt könnten wir uns einen Gegenstand kaufen Wolltest du dich nicht zurückpotten, Mordekaiser? So So, wie schaut's aus? Renga, komm, stirb Passt Und jetzt weiter Esseral, wir töten dich Und ich, ob der Todeschlag macht, find ich geil Komm schon, stirb doch einfach Ja Nein, sie hat Mordekaiser gekillt Komm schon, den packen wir noch Nein, der Turm hat den letzten Schlag noch geschafft So, als nächstes kaufen wir uns das hier Wenn man da so viel kaufen muss, auch Ja gut, wie haut jetzt ab? Bis, glaube ich, erfreit das so gegen zwei So, die haben nur noch 200 Leben gleich Genau jetzt So, wir gehen jetzt hoch Timo ist Scheiße Ah, ne, der Mordekaiser geht runter Timo wurde gekillt, das ist nicht gut Von Brand alleine noch Okay, das geht nicht Äh Verdammt, der killt mich hier Das blöde ist, ich habe nicht mehr kommen sehen So, jetzt haben wir das hier Eigentlich können wir uns noch kaufen Sogar jetzt So Gut, bei Timo ist keiner Niemand wird top Doch, die Diana wäre jetzt hier Okay Okay Wir waren vollkommen nutzlos Wir hätten doch runtergehen sollen So So Aufpassen So Heilen gehen Wir sind die letzten Finde ich nicht gut So Wenn die jetzt hier das einnehmen Dann mache ich jetzt folgendes Ich gehe hier so lang Und nehme das da ein Denn zwei sind Tods Zwei sind Bot Drei sind Äh, top mal nicht Drei sind top So So Dann müssen wir es leben Die anderen aber wieder Ich hoffe ich kann es zumindest Neutralisieren So Und Nein Scheiße Mist Ist nicht gut 845 Brauche ich dich Habe ich aber nicht Wir waren noch vorher drei Bots Konnte von denen nicht ein einziger Da bleiben Ja Und wir haben dafür Bot verloren So So Los geht's Nicht gut Nicht gut Gar nicht gut Komm Zack Niemand erwischt So Wir kaufen uns jetzt hier Tiamat Auf 4 Hat glaube ich auch nur 10 Sekunden auf die Zeit Ja Passt So Zack Eingenommen Das blöde ist Wir haben jetzt schon so viel Leben verloren Wir müssen oben helfen Verdammt Reingelegt So Ich glaube das sind jetzt drei Kann es sein Scheiße Scheiße Kommt mir das so vor Oder ich auch Dass jetzt Timo Nur zweimal von Gegnern getroffen werden muss Und dann ist er tot So kam es mir nämlich gerade vor Top 3 Doch Jetzt Top Können Und Nicht gut Gar nicht gut Nein Hallo Kaufen will ich das Jetzt So Jetzt war ich die zwei hier So Wie und Gott Schauen wir uns auch den Timo mal an Was hat er denn alles Ähm Eigentlich hat er ganz schön viele Gegenstände So Wenn zwei Bots sind Gehe ich top Ja das finde ich gut Aber wir müssen den noch 455 Leben abziehen Und haben selber nur noch ungefähr die Hälfte Das ist nicht gut Komm schon Wir helfen dir jetzt Ja man Timo sagen wir wie blöd bist du eigentlich Du blöd warst hier Und er piept und er geht einfach Pink und geht einfach weiter So Aber dafür schafft das Und brett gerade noch so zu töten Und man ziehe dich zurück So Wir holen uns jetzt hier noch das Leben Auch noch Oh da gehen vier hin Dann gehe ich lieber Top So schauen wir mal Ob wir es verändern können Bisher ist nur einer Zwei Scheiße Drei Drei sind viel zu viel Ja viel zu viel Wie schaut's da aus Oh man wie Geh doch aus dem Turm raus Ne Nicht aufgeben Selbst wenn Das haben wir noch 44 Teile Also Punkte die wir haben Genau Geh du mal runter Komm schon Aber jetzt ist Bot wieder nicht eingenommen Komm schon Morde Kaiser Du bist unsere letzte Chance Auch wenn ich mich jetzt zurück Pforte Das bringt nichts mehr Ne Morde Kaiser zieht sich auch schon zurück Und Aus Ach ja gut Schreibt es mir doch bitte in den Kommentaren Was meint ihr Wie hat es euch gefallen Woran lag es Dass wir verloren haben Du kennst es ja eh schon Ich frag das Irgendwie jedes Mal Also Woran lag es Wir sehen uns dann beim nächsten Mal Ciao 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 Ciao